Hallo und Willkommen zurück zu Kingdom Hearts und ja, weiter geht's. Ähm, letztes Mal waren wir im Wunderwald und heute geht's... Hm, was nehmen wir denn? Ich denke Monstro. Was für ein komischer Ort hier, ist alles so elastisch und weich. Und auch so warm mir ist jetzt noch ein Nickerchen. Müsstet ihr euch nicht mehr Sorgen machen? Wer ist da? Kapiert ihr's nicht, ihr seid im Magen von Monstro, dem Wal. Die Stimme kenne ich doch. Pinocchio, Pinocchio, bist du's? Komm raus. Bist du das, Jiminy? Mensch, ich hätte nie gedacht, dass wir uns hier treffen. Du entkommst mir nicht, Junge, ich bin dein Gewissen. Dein Gewissen sollte dich immer zu leiten, stimmt's? Klar, Jiminy, ich war auch ganz brav, während du weg warst. Ich hab nicht einmal gelogen. Zack, und die Nase wächst. Oh je. Ach, du grüne Neune. Ups, aber wie kommt ihr denn in Monstros Magen? Wir haben uns einen ziemlich ungewöhnlichen Weg ausgesucht. So ungewöhnlich, dass wir gar nicht mehr wissen, wie. Schade, ich hatte gehofft, ihr könntet mir und Vater hier raushelfen. Was denn, Gipetto ist auch hier? Sicher, willst du ihn sehen? Komm mit. Schlüssel des Anbeginns erhalten. Monstro. Okay. Jetzt geht's. Heal. Schauen wir mal Genau, da haben wir es Also Ja, Königsanhänger 0 Genau, da gehen wir ein bisschen rein Ähm, 4 Ah, was red ich, da können wir noch gar nicht rein Okay, wo ist denn die 2? Es ist gerade 5.16 Uhr in der Früh und ich bin todmüde Und noch immer Am zocken Irgendwie gerade erst angefangen, weil ich vorher erst heimgekommen bin Aber naja Ja 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 Okay, jetzt geht es mal weg da. Na, endlich ist er mal auch noch tot. Und der zweite. Ähm. Okay. Okay, wieso dauert denn das immer so lang? Und denkt euch nix, wieso es so langsam ist manchmal, das war sogar bei mir auf dem Gameboy früher. Aber ich hab keine Ahnung wieso. Es darf halt einfach das Spiel sein. Ähm. Schleuder das Schlüsselschwert vor dich um. Jaja. Ah, okay. Schlüsselanhänger Stufe 6. Okay, ich brauch einmal eine Pause, das nervt schon langsam. Ah. Also irgendwie kommt mir vor, die werden nicht tot. Schleuder. 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 okay hier sind die kämpfe so endlos nämlich es nervt mich schon langsam in der wird nein endlich einer ist tot ja nicht einmal gestochen okay ja sehr schön da kommt der Donald ja sehr schön der hat ihn gleich kaputt gemacht also man muss ganz ehrlich sagen das mit die karten geht mir wirklich auf den ohrasch und das andere das normale kingdom hearts gefällt mir ehrlich gesagt besser ich freue mich schon richtig drauf wenn ich das dann spüren kann okay aber jetzt das ist schon wieder die falsche tür ich glaub's nicht okay kufi haut alle nieder okay rutscht mir ganz daneben so wo ist dann die tür hier da ist um eine 3 gut gut nein ja level up ähm und ich mach hier kurz einen schnitt und bis gleich und bis gleich